Leute, alle zusammen. Hey, der ist hier, Jungs, der ist hier. Hey, hey. Komm raus. Wie bist du? Wie bist du? Komm raus. Komm raus. Wer bist du? Bruder. Digga. Bitte, 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 digga. Das würde ich mir nochmal angucken, digga. Sind wir in Amerika oder was, digga? Da sind Leute auf einmal... Oh, digga. Nein. Ich kann das. Jetzt muss ich das Video so nennen, digga. Da haben ich kaum wurde angegriffen, digga. Das kann nicht sein. Hey, 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 hey. Wie bist du? Wie bist du? Komm raus. Komm, Willi, komm. Wer bist du? Nee, mach rein. Wer bist du denn? Bruder, das ist, Bruder, unter RTL... RTL-Niveau, ohne Spaß. Das ist ja unterste Schublade von Schauspielerei. Komm her. Warum red die Weltkrieg da? Ich kann das alles nicht. Ich kann das alles nicht. Das ist krank, ne? Da wird angegriffen und da macht der einen auf... Wo ist mein Handy, Mann? Wo ist mein Handy jetzt? Ja, und der weiß nicht, wo sein Handy ist. Auf einmal ist es verschwunden. Das war auf jeden Fall nicht geschauspieler, digga. Nein, nein, nein. Was sagt der da, digga? Wenn ich euch finde, ich nehme euch auseinander. Wow. Ich schwöre, das war so schlecht, ne? Ich schwöre, das war so schlecht, ne?